jetzt dieses stück aus der serviette rausgerissen habe ich jetzt noch meine idee gehabt und zwar diese ecken hier raus aus der serviette zu reißen und dann an die ecken hier und hier wir reißen das einfach aus der serviette raus machen wir eins hier die ecke dann hatte ich schon mal ein paar vorbereitet eins in die ecke und ein motiv in die ecke so dann haben wir mit einem küken das heißen wir doch noch mal der hand raus das dachte ich dann so in die mitte eins zwei stück in die mitte ein ei habe ich da noch rausgerissen das dachte ich das machen wir dann so in die mitte der beiden küken so dann gibt es zwar für die beklebung der servietten motive serviettenlack den machen wir dann drauf wir streichen dann die motive wir fangen mal in der mitte an und so kleben die dann auch auf dem holz nicht zu viel nehmen man kann das mit dem gleichen pinsel machen die man eben hatte das dann halt zum trocknen wieder legen dann nehmen wir hier ein küken den machen wir da auch man kann das auch aufeinander bisschen das ist auch nicht so schlimm da fällt nicht so oft auf dem stoff dann reist es auseinander muss schön vorsichtig drüber streichen da haben wir schon mal ein küken drauf ein ei nehmen wir hier so eine ecke und das kann man denn auf den ganzen kasten drauf machen mit den servietten wie man möchte die motive noch mal die ecke machen wir das küken hier noch mit drauf dann hat man eine schöne schachtel mit ustermotiven wo man denn servietten reintun kann und das dann halt auch wieder zum trocknen legen trocknet eigentlich relativ schnell so die letzte ecke noch und dann sind wir auch schon soweit fertig da haben wir die motive auf dem deckel das kann man dann schön zu ostern nutzen man kann hier den deckel dann wieder drauf stellen und die seiten halt auch mit diesen motiven bekleben dann Vielen Dank.